Dieser Artikel widmet sich den Beitrittskandidaten der Europäischen Union und jenen Staaten, die der EU beitreten möchten oder von verschiedener Seite als mögliche Beitrittskandidaten genannt werden. Art 49 des EU-Vertrags räumt jedem europäischen Land das Recht ein, einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft zu stellen. Europäisch wird dabei in einem politisch-kulturellen Sinn verstanden und schließt die Mitglieder des Europarats, wie beispielsweise die Republik Zypern, mit ein. Den offiziellen Status Beitrittskandidat vergibt die EU an Staaten, die einen Aufnahmeantrag gestellt haben, welcher nach einer positiven Empfehlung durch die Europäische Kommission vom Rat der Europäischen Union einstimmig angenommen wurde. Das genaue Beitrittsverfahren wird im Artikel Erweiterung der Europäischen Union erläutert. Die Kandidaten werden nach der derzeitigen Zahl mit CC5 bezeichnet. Beitrittskandidaten Die folgenden fünf Staaten haben von der EU den offiziellen Status eines Beitrittskandidaten zu erkannt bekommen. Hauptartikel Das am 3. Juni 2006 unabhängig gewordene Montenegro möchte der EU beitreten und rechnet sich Chancen aus dieses Ziel allein schneller zu erreichen, als wenn es in der Staatenunion Serbien und Montenegro verblieben wäre. Dieses Kalkül ist, was die Unterzeichnung des SAA angeht, für Montenegro auch aufgegangen. Am 12. Juni 2006 hat die EU Montenegro als Staat offiziell anerkannt. Die SAA-Verhandlungen mit Montenegro wurden Anfang Dezember 2006 abgeschlossen. Die Paraffierung fand am 15. März 2007 statt. Am 15. Oktober 2007 wurde das SAA vom montenegrinischen Ministerpräsidenten C. Leukos Doranovic im Beisein aller EU-Außenminister unterzeichnet. Die Ratifizierung des SAA trat am 1. Mai 2010 in Kraft. Am 15. Dezember 2008 reichte Montenegro die offizielle Bewerbung um eine EU-Mitgliedschaft ein. Die Europäische Kommission übergab der montenegrinischen Regierung am 22. Juli 2009 den Beitrittsfragebogen mit ca. 4000 Fragen. Am 9. Dezember 2009 wurden die beantworteten Fragen vom montenegrinischen Regierungschef Milo Tukanovic dem EU-Erweiterungskommissar Olli Rehn in Brüssel feierlich überreicht. Seit dem 19. Dezember 2009 können montenegrinische Staatsbürger visumfrei in die EU einreisen. Am 9. November 2010 empfahl die Europäische Kommission den Beitrittskandidatenstatus für Montenegro. Am 10. Dezember 2010 wurde diese Entscheidung vom Europäischen Rat bestätigt. Die offizielle Verleihung des Kandidatenstatus fand auf dem EU-Gipfel am 17. Dezember statt. In ihrem jährlichen Fortschrittsbericht zu den Kandidatenländern vom 12. Oktober 2011 schlug die EU-Kommission vor, die Beitrittsverhandlungen mit Montenegro aufzunehmen. Auf dem EU-Gipfel im Dezember 2011 wurde Montenegro die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zur Jahresmitte 2012 zugesagt. Diese Entscheidung wurde beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am 29. Juni 2012 offiziell bestätigt. Hauptartikel Serbien wurde im April 2005 ein EU-Beitritt in Aussicht gestellt. Dies erfolgte jedoch unter der Bedingung, dass Beitrittsgespräche erst dann aufgenommen werden könnten. Wenn die serbische Regierung voll mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien zusammenarbeite, Vertreter der EU nahmen im Herbst 2005 mit Serbien Montenegro Gespräche über ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen auf. Die SAA-Gespräche wurden jedoch im Mai 2006 von der EU suspendiert, weil es den serbischen Behörden trotz gegenteiliger Beteuerungen damals nicht gelang, die mutmaßlichen Kriegsverbrecher Radko Mladic und Radovan Karajic zu fassen und an den ICTY auszuliefern. Am 3. Juni 2006 teilten sich Serbien und Montenegro in zwei souveräne Staaten. Nach der Verhaftung des ehemaligen bosnisch-serbischen Generals Zetravko Tolimir am 31. Mai 2007 bestätigte die EU, dass sich die serbische Regierung in Richtung verstärkter Zusammenarbeit mit dem ICTY bewege und entschieden dafür Einsätze, diese Angelegenheit zum Abschluss zu bringen. Die SAA-Gespräche mit Serbien wurden daraufhin am 13. Juni 2007 wieder aufgenommen, Nachdem die Haupthanklägerin Carla Delpont er die Zusammenarbeit zwischen Serbien und dem ICTY positiv eingeschätzt hatte, wurde das SAA am 7. November 2007 paraffiert. Die Paraffierung fand in Anwesenheit von Präsident Boris Telik und Vizepremierminister Bocida Telik statt. Nach langwierigen Verhandlungen wurde das SAA von Vertretern der 27 EU-Regierungen und Telik am 29. April 2008 in Luxemburg unterschrieben, ratifiziert werden und damit in Kraft treten, kann es allerdings erst, wenn die EU Serbien die vollständige Kooperation mit dem ICTY bescheinigt. Am 21. Juli 2008 gelang es den serbischen Behörden Radovan Karajic zu fassen. Er lebte als Arzt in Belgrad unter dem Namen Dragan Dabik. In der EU wurde der Schritt positiv aufgenommen. Karajic wurde am 31. Juli nach den Haag zum Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien überstellt. Am gleichen Tag wurde er noch verhört. Weitere EU-Beitrittsverhandlungen dürften auch davon abhängen, wie die diplomatischen Verhandlungen um die Unabhängigkeit des Kosovo verlaufen. Eine neuerliche Ankündigung fand im November 2009 durch den serbischen Außenminister VUK Jeremik im Anschluss an ein Gespräch mit EU-Erweiterungskommissarin statt. Seit 19. Dezember 2009 können nun auch serbische Bürger visafrei in den Schengen-Raum reisen. Am 22. Dezember 2009 reichte Serbien die offizielle Bewerbung um eine EU-Mitgliedschaft ein. Am 26. Mai 2011 wurde Ratko Mladic nach langjähriger Flucht in Serbien festgenommen. In ihrem jährlichen Fortschrittsbericht zu den Kandidatenländern vom 12. Oktober 2011 schlug die EU-Kommission schließlich vor, Serbien den Status eines Beitrittskandidaten zu gewähren. Die Aufnahme der Verhandlungen für Serbien bleibt jedoch an die Bedingung geknüpft, die Vermittlungsgespräche mit dem Kosovo wieder aufzunehmen. Auf dem EU-Gipfel am 1. März 2012 wurde Serbien der Status eines Beitrittskandidaten verliehen. Die Beitrittsverhandlungen begannen am 21. Januar 2014. Am 4. März 2016 löste der serbische Präsident Tomislav Nikolic das Parlament auf und rief neue Wahlen aus. Mit diesem Schritt will er den Weg für Reformen freimachen, damit Serbien Mitglied der Europäischen Union werden kann. Hauptartikel Die Türkei ist seit 1999 Beitrittskandidat. Die Beitrittsverhandlungen selbst haben am 3. Oktober 2005 begonnen. Am 17. Dezember 2004 hatte sich der Europäische Rat für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei entsprechend den Empfehlungen des Kommissionsberichts vom 6. Oktober 2004 ausgesprochen, worauf sich das Europäische Parlament dessen Beschluss rechtlich nicht bindend für die Staats- und Regierungschefs ist. Am 15. Dezember 2004 mit großer Mehrheit ebenfalls für den Beginn von Beitrittsverhandlungen ausgesprochen hatte. Kritiker lehnen die türkische Mitgliedschaft aus verschiedenen Gründen ab. Sie führen an, dass der Großteil der Türkei nicht in Europa, sondern in Asien liegt. Es wird oft hinzugefügt, dass die Türkei als vorwiegend muslimisches Land kulturell nicht dem überwiegend christlichen Europa zugehörig sei. Auch Menschenrechtsfragen werden als Ablehnungsgrund genannt. Sie würden durch eine echte Anpassung an EU-Recht zwar rapide verbessert, aber eine reale Anpassung werde in der Türkei ausbleiben. Vor allem im Bereich religiöser Freiheiten seien keine Fortschritte zu erwarten, besonders Christen seien weiterhin Repressalien ausgesetzt. Die Türkei weigert sich, die von ihr ratifizierte Zollunion mit der EU auf alle EU-Länder auszuweiten. So dürfen Schiffe der Republik Zypern türkische Häfen nicht anlaufen. Hinzu kommen ökonomische Bedenken wegen noch geringer Wirtschaftskraft und niedrigen Entwicklungsstandes, deren Wirkung auf die EU durch die große Bevölkerung verstärkt würde. Aufgrund ihrer Größe würde die Türkei die Machtverhältnisse innerhalb der Institutionen voraussichtlich verschieben. Des Weiteren verfügt die Türkei über Außengrenzen, die von vielen Bewohnern der jetzigen EU als gefährlich und instabil angesehen werden. So grenzt die Türkei U.A. an den Iran, den Irak und Syrien. Befürworter halten dem entgegen, dass die Türkei seit 500 Jahren die Geschichte Europas mit beeinflusst habe und sich spätestens seit der Staatsgründung durch Atatürk selbst als europäisch charakterisiere und an westeuropäischen Staaten orientiere. Gegen den Einwand, die Türkei liege geografisch gesehen überwiegend in Asien, wird ins Feld geführt, dass das EU-Mitglied Republik Zypern vollständig in Asien liegt. Die Türkei gehört als Mitglied des Europarats, dem sie 1949 beigetreten ist politisch-kulturell zu Europa und habe dadurch nach Art, 49 EU-Vertrag das Recht den Beitritt zur EU zu beantragen. Dem Argument, die Türkei sei als muslimisches Land kulturell nicht Teil des christlich geprägten Europas, wird entgegengesetzt, dass die Bevölkerungen in dem europäischen Festland zugehörigen Ländern wie Albanien oder Bosnien-Herzegowina zu großen Teilen muslimisch ist. Außerdem definiere sich die EU nicht über die Religion. Der wirtschaftliche und rechtsstaatliche Reformprozess in der Türkei wird als positiv angesehen, obwohl er noch nicht abgeschlossen ist. Hauptartikel Die Bestrebungen, dass Albanien der EU beitritt, reichen in das Jahr 2003, als der Balkanstaat als erster der potenziellen Beitrittskandidaten die Verhandlungen über ein SAA aufnahm. Im Mai 2005 äußerte die damalige Regierung Albaniens unter Fatos Nano die Hoffnung im Jahr 2014 der EU beitreten zu können, da dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum des Falls der Berliner Mauer markiert. Das SAA wurde 2006 offiziell unterzeichnet. Die Ratifizierung des SAA wurde am 1. April 2009 abgeschlossen. Am gleichen Tag wurde Albanien in die NATO aufgenommen. Am 28. April reichte Albanien den formellen EU-Mitgliedschaftsantrag ein. Am 16. November 2009 übergaben die Außenminister der EU den Beitrittsantrag der EU-Kommission in Brüssel. Am 17. Dezember 2009 erhielt Albanien einen Beitrittsfragebogen mit insgesamt 2280 Fragen. Der beantwortet am 14. April 2010 von Premier Sali Beresha bei der Europäischen Kommission eingereicht wurde. Seit dem 24. Juni 2014 ist Albanien offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union. Hauptartikel Mazedonien wurde am 17. Dezember 2005 der Status eines Beitrittskandidaten verliehen, jedoch wird noch nicht über einen Beitritt verhandelt. Auch gibt es noch keinen Starttermin hierfür. Das Land hatte am 22. März 2004 in Dublin seine Aufnahme offiziell beantragt. Ein Hindernis für den EU-Beitritt ist der Namensstreit zwischen Mazedonien und dem EU-Mitglied Griechenland, das den Namen Mazedonien für sich beansprucht. Von griechischer Seite wird angeführt. Der Name sei aus historischen Gründen immer schon griechisch gewesen. Schon eine Aufnahme Mazedoniens in die NATO scheiterte an der Ablehnung Griechenlands, sodass eine Aufnahme in die EU unwahrscheinlich ist, solange der Streit nicht beigelegt wurde. Ein Verhandlungsbeginn im März 2010, der von der schwedischen Ratspräsidentschaft im Dezember 2009 vorgeschlagen wurde, war von allen Mitgliedsländern mit Ausnahme Griechenlands befürwortet worden, die EU-Außenminister mannten, den Namensstreit beizulegen. Es wurde als Beschluss gefasst, in der ersten Jahreshälfte 2010 erneut über einen Beginn der Verhandlungen zu beraten. Seit 19. Dezember 2009 können mazedonische Staatsbürger visumfrei in die EU einreisen. Potenzielle Beitrittskandidaten Auf dem Gipfel in Thessaloniki wurde 2003 die Integration der Staaten des ehemaligen Jugoslawiens als das nächste große Ziel der EU-Erweiterung festgelegt. Diese Staaten werden von der EU als potenzielle Beitrittskandidaten bezeichnet. Seit den Beitrittsbemühungen Kroatins und Mazedoniens ist es neue Praxis der EU, mit diesen potenziellen Beitrittskandidaten zunächst eine Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen abzuschließen. Durch dieses Saar wird das zukünftige Mitgliedsland politisch und wirtschaftlich an die EU gebunden und man erhofft sich höhere Stabilität, bevor Beitrittsgespräche begonnen werden. Hauptartikel Bosnien und Herzegowina hat sein Beitrittsgesuch am 15. Februar 2016 bei der EU gestellt. Das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen wurde am 16. Juni 2008 nach dreijähriger Verhandlungsdauer unterzeichnet. Die Ratifizierung des Saar wurde im April 2015 abgeschlossen, so dass es zum 1. Juni 2015 in Kraft treten konnte. Ende Juni 2012 mahnten die EU-Außenminister Verfassungsänderungen in Bosnien und Herzegowina an, ohne die der Beitrittsantrag erfolglos wäre. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte diese in einem Urteil verlangt. Da bestimmte Minderheiten durch die bisherige Verfassung davon ausgeschlossen sind, für öffentliche Ämter zu kandidieren. Der Vorsitzende des bosnischen Staatspräsidiums Dragan Kovic reichte am 15. Februar 2016 offiziell den Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union ein. Hauptartikel Der Kosovo hat am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, was von zahlreichen Staaten, darunter Serbien und einige EU-Staaten, nicht anerkannt wird. Einem EU-Beitritt stünden zahlreiche Hindernisse entgegen. So wird von den EU-Ländern Rumänien, der Slowakei, Spanien, Griechenland und der Republik Zypern die Unabhängigkeit nicht anerkannt. Ohne die Anerkennung durch alle EU-Länder ist eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen und der Abschluss eines SAA nicht möglich. Zudem gibt es diplomatische Spannungen außerhalb der EU. So hat Serbiens Parlament beschlossen, dass alle Verträge, die Serbien abschließt, die staatliche Einheit des Landes berücksichtigen müssten. Verhandlungen der EU mit dem Kosovo könnten also weitere Vertragsabschlüsse mit Serbien unmöglich machen. Radikale Kräfte in Serbien bestehen darauf, dass Serbien nur inklusive des Kosovo Mitglied der EU werden könne. Moderate Kräfte des Landes wiederum setzen auf die Möglichkeit der EU beizutreten und dann als EU-Mitglied den Beitritt des Kosovo zu verhindern. Die Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien wurden auch als Verhandlungspunkt in die Beitrittsverhandlungen Serbiens mit der Europäischen Union aufgenommen. Zu den weiteren Problemen gehören die instabile Parteienlandschaft, die sich vor allem eher auf die Vertretung der ethnischen Gruppen spezialisiert als auf Thematiken, die Korruption und Schattenwirtschaft sowie diverse wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017